Die zu veräußernde neue 4-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Leipzig. 2017 wurde das Mehrparteienhaus erbaut. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 127 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Wohnung beläuft sich auf 560.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017